Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börse Daily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markes Chartflash für Montag, den 26. Oktober. Gut, wir starten dann wieder mit dem S&P 500. Wie jede Woche der Chartflash, der dreht sich ja weitgehend um den S&P 500, um den breit gestreuten US-Marktindex, der sich hier am oberen Fibonacci-Fächer zunächst schwer tut. Wir sind hier zuvor in diesem Bereich um 3.550, 3.590 Punkte dann nach unten abgeprallt, haben eine Korrektur eingeleitet, die aber nicht so stark ausgefallen ist, wie von mir erwartet. Ich hätte hier mit einem Rücklauf gerechnet zum 50er EMA im Wochenchart, aktuell bei 3.160 Punkten. Wir sind dann aber hier knapp über 3.200 Punkte wieder nach oben abgedreht, hatten dann hier in der Woche eine bullische Wochenkerze ausgebildet mit einem langen unteren Schatten, einem kleinen Kerzenkörper und konnten dann diese bullische Wochenkerze auch nutzen und dann hochlaufen und sind dann hier im Bereich um 3.550, 3.570 Punkte knapp dann wieder nach unten abgedreht. Wir befinden uns jetzt hier weiterhin zunächst einmal im Wochenchart in einer ganz normalen Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend, den wir hier vorliegen haben. Aber ich rechne nicht damit, dass wir hier diesen Fibonacci-Fäcker nach oben durchbrechen können, sondern wahrscheinlich werden wir hier einen Doppeltop bilden um 3.550 Punkte mit dem vorherigen Verlaufshoch und dann mit dem alten Verlaufshoch bei 3.588 und dann in diesem Bereich hier eine längere Korrektur einleiten. Die Anlaufmarke der Bären bleibt weiterhin hier diese blaue Linie der 50er EMA. Ich rechne damit, dass wir genauso wie zuvor, wo wir hier am oberen Fibonacci-Fächer abgeprallt sind, jeweils dann wieder den 50er EMA als Korrekturlinie dann wieder anlaufen werden und dann in diesem Bereich möglicherweise zunächst einmal dann eine neue Aufwärtsbewegung starten werden. Aber mögliche Short-Positionen, die man hier unter diesen Fibonacci-Fächer eingeht, die sollten dann langfristig hier den Bereich um den 50er EMA bei 3.160 Punkten dann im Auge behalten. Gut, hier haben wir dann den Tagesschart vorliegen für den S&P 500. Da fällt auf, dass wir uns hier nur knapp über dem 10er EMA aktuell behaupten können, was eher auf weitere Schwäche hindeutet. Solange so Aufwärtskorrekturen, so wie hier, knapp über dem 10er EMA auslaufen, ist es eher ein Schwäche-Signal und deutet dann eher auf wieder fallende Kurse hin. Die nächste Auffangmarke wäre dann natürlich der 50er EMA bei 3.390 Punkten ungefähr. Können wir uns aber hier weiter emporarbeiten und dann den 10er EMA immer weiter nach oben verlassen. Dann könnte man hier praktisch unterhalb dieses alten steigenden Trendkanals mit einem weiteren Hochrechnen, also ebenfalls hier im Bereich ungefähr von 3.550 und 3.590 Punkten hier und damit dann ein drittes Verlaufshoch herausbilden. Ein deutlicher Anstieg über 3.600 Punkte, 3.580, also über den gerade genannten Fibonacci-Fächer, erwarte ich wie gesagt nicht, sondern wir werden wahrscheinlich hier eine Top-Formation ausbilden und dann von hier einen Trendwechsel einleiten und wieder nach unten abdrehen. Das deckt sich ja auch mit den jüngsten COT-Daten. Die Commercials gehen weiterhin von fallenden Kursen im S&P 500 aus und haben auch ihre Short-Positionen weiter erhöht im Wochenvergleich. Insofern dürfte das ebenfalls belasten und wäre ein weiteres bärisches Signal für den Index. Wir machen dann weiter mit dem Euro-Dollar. Der Euro-Dollar hat sich hier weiterhin über dem 50er EMA behauptet in den Vortagen und wir sind hier nun wieder in einem steigenden kleinen Aufwärtstrend, haben das Verlaufshoch in den Vortagen bei 1.18.8 ausgebildet und es fällt auch hier wieder auf, dass wir den 10er EMA praktisch nur noch ganz knapp nach unten durchtauchen und dann relativ schnell hier wieder nach oben ansteigen. Ein klares bullisches Signal. Insofern Abwärtskorrekturen dürften also wieder hier im Bereich, leicht unter dem 10er EMA bzw. bei einer Ausdehnung dann leicht unter dem 50er EMA auslaufen oder im Bereich des 50er EMAs und danach dürfte es dann wieder aufwärts gehen. Sollten wir diese Aufwärtsdynamik weiter beibehalten können, dann würde das nächste Anlaufziel hier auf der Oberseite im oberen Bereich des Trendkanals sich befinden bei 1,20 Dollar. Long Positionen würden sich im Euro-Dollar also mal dann anbieten, sobald wir dann hier unter den 10er EMA fallen in eine Abwärtskorrektur und dann von unten nach oben wieder ansteigen und den Aufwärtstrend dann weiter fortsetzen. Gut abschließend werfen wir dann noch einen Blick auf den Euro-Stocks 50 und den hier vorliegenden Wochenchart. Wir kommen hier über den 200er EMA nicht hinaus, das ist ein wichtiger Widerstand, der aktuell noch nicht zurückerobert werden konnte oder nicht nachhaltig zurückerobert werden konnte und außerdem befindet sich der 50er EMA hier die Blaulinie unter der roten, was ebenfalls dann bärisch zu werten ist und wir dürfen dann wahrscheinlich, solange wir den 200er EMA nicht nach oben erobern können, dann letztendlich hier wieder weiter nach unten abtauchen und dann hier die Unterstützung im Bereich von 3000 Punkten anlaufen. Wir machen dann weiter mit dem Tagesschart für den gleichen Index. Wir sehen hier den langfristigen Seitwärtskanal und befinden uns aktuell hier in einem Abpraller von der unteren Begrenzung dieses Seitwärtskanals, aber wahrscheinlich dürften wir auch hier unter dem 200er und 50er EMA, diesmal im Tagesschart, wieder nach unten abdrehen, also hier nicht mehr nachhaltig nach oben ausbrechen. Die Aufwärtskorrektur sollte bereits hier in diesem Bereich oder leicht darunter wahrscheinlich auslaufen und in der nächsten Abwärtswelle dürften wir dann wahrscheinlich hier die untere Begrenzung des Seitwärtskanals nach unten durchbrechen und auch das Verlaufstief hier bei 3132 Punkten nach unten durchbrechen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann letztendlich der Bereich hier um 3000 Punkte. Gut und damit wären wir dann mit dem EMG Markets Schadflash auch durch für den heutigen Montag. Ich melde mich dann natürlich am morgigen Dienstag wieder mit dem EMG Markets Morning Call und dann in der nächsten Woche am Montag wieder mit dem EMG Markets Schadflash. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der laufenden Woche und bis morgen.